Heute steht bei uns Speed Hiking auf dem Programm und wir möchten in kurzer Zeit möglichst viel Strecke zurücklegen. Ja genau deshalb haben wir uns für den Lova Wanderschuh Inox Pro GTX mit als Stiefel entschieden, der laut Hersteller ideal für eine solche Tour ist. Ich würde sagen, lasst uns gleich mal starten. Legen wir los. Legen wir los. Legen wir los. Legen wir los. Ja, jetzt sind wir endlich am Ziel angekommen. Nach 5 Stunden, 18 Kilometern und etlichen Höhenmetern muss ich sagen, die Lova Schuhe haben den Speed Hiking Test bestens bestanden. Genau. Leicht, sportlich und mit hervorragender Dämpfung haben sie uns über Stock und Stein getragen und wenn es mal nass wurde, blieben unsere Füße dabei trocken. Unser Fazit ist, wenn ihr euch unterwegs bei eurer Tour auf dem Weg konzentrieren wollt, seid ihr mit diesem Schuh bestens ausgelustet. Gehen wir los. Gehen wir los. Gehen wir los. Gehen wir los. Gehen wir los.